Hi, es ist endlich soweit. Ich wollte euch jetzt mal unbedingt darüber informieren, wie das eigentlich geht, dass ihr euren Wizard101-Account migrieren könnt. Ich habe gelesen auf Facebook zum Beispiel, dass immer noch einige Leute damit echt ein Problem haben, aber kein Problem, ich bin ja auch da und ich kann euch das mal gerade zeigen. Falls ihr euren Code immer noch nicht habt oder vergessen habt, den auf der Homepage abzuholen damals, kein Problem, jetzt in der jetzigen E-Mail habt ihr nochmal den Code bekommen. Also von daher, guckt bitte auch in euren Spam-Ordner und dann machen wir das jetzt mal Schritt für Schritt. Als erstes kopiert ihr euren persönlichen Transfer-Code, den ihr entweder von der Webseite habt oder der euch jetzt nochmal per E-Mail zugeschickt wurde. Als nächstes folgt ihr dem Link, der euch zugeschickt wurde, ansonsten habe ich ihn auch nochmal unten in die Videobeschreibung reinkopiert. So, und dann gebt ihr jetzt hier bitteschön die Sachen ein, als erstes den Migrations-Code. Gut, das Alter, ich bin 23, nein, ich bin leider schon 38, aber oder zum Glück, oder zum Glück. Jetzt erstellen wir uns einen Benutzernamen, ich weiß nicht, warum wir uns schon wieder einen Benutzernamen erstellen müssen, aber ich bin natürlich Kid Kajos. Und das Kennwort. Und ich melde mich natürlich für die Kings-Eile-E-Mails an und erhalte ein kostenloses Geschenk im Spiel. Feichern. Danke, dein Account wurde erstellt. Bitte nutze den Button, um Wizard101 herunterzuladen. Es wurde heruntergeladen und jetzt können wir Wizard101 nochmal installieren. Click the Play-Button to put Wizard101 on your Computer, um es draufzuputten. Okay, Benutzername, hatten wir ja gerade, Kilt Kajos, äh, Kilt, das ist aber klein, Passwort, ein Möp-Böp, das merken wir uns mal. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Achso, jetzt muss natürlich erstmal alles installiert werden, das dauert jetzt erstmal. Oha, was ist los? Da oben links, da oben links in der Ecke startet es. Wir machen es mal größer. Ähm, okay. Was ist das jetzt? Ich glaube, man muss dann hier noch ein bisschen, ach du Scheiße. Hä? Wir sollten die Auflösung ein bisschen ändern. Ich nehme hier in 4K auf. Mal gucken, ob das jetzt überhaupt alles hier funktioniert in der Aufnahme. Ah, da sind wir ja wieder bei Wizard101. Hallöchen! Und das hatte ich ja noch gar nicht gesehen, dass ja jetzt die Gesichter animiert sind. Das ist ja nicht mehr so wie früher, aber ehrlich gesagt sieht es total bescheuert aus. Ich glaube, ich muss zumindest beim Kevin die Augen irgendwie ändern. Der sah aber vorher cooler aus. Was hat der für komisches Gebiss da? Na, ob ich jetzt schon spielen kann? Wir können mal hier gerade noch in den Optionen gucken. Na, wie dem auch sei, das ist es auf jeden Fall. Und wenn ihr jetzt noch dran bleibt, ich muss jetzt ein bisschen warten, ähm, gucke ich mal ganz kurz ins Spiel rein, ob es gerade irgendwelche Neuerungen gibt. Und ja, es wäre zu schön gewesen, wenn natürlich alles auf Anhieb funktioniert hätte. Aus irgendeinem Grund wurde jetzt das Mikro nicht mit aufgenommen. Naja, einmal tief durchatmen und darum liebe ich das Let's Plane so sehr, weil alles immer so reibungslos funktioniert und es so wenige Fehlerquellen gibt. Aber naja, damit belaste ich mich ja im Moment überhaupt nicht. Ähm, ich habe hier einfach jetzt nur mal kurz reingeguckt und wirklich viele Neuerungen gibt es nicht. Ich packe kurz die Geschenke aus, beziehungsweise lese jetzt gleich erstmal, was da dieses komische Männchen mit dem Hasenkostüm zu erzählen hat. Nämlich, dass es Haustierfutter gibt jetzt im Stadtzentrum. Wow. Und dann öffne ich die, ähm, wie heißt es? Die Geschenke. Guten Tag. Does your pet like old-fashioned gourmet imported pet snacks? Do you like free stuff? Then come see me in Wizard City. Äh, schnell. Mir fällt auf, dass ich mit Steuerung und der linken Maustaste jetzt irgendwie offenbar noch ein bisschen mehr sehen kann zu den Gegenständen, die ich bekommen habe. Was ich wirklich sehr interessant finde, weil man offenbar auch Ausrüstungsgegenstände direkt vergleichen kann. Ähm, finde ich coole Idee. Weiß jetzt nicht, wie lange das schon dabei ist. Jetzt in dem Fall konnte man es noch nicht sehen. Keine Ahnung, ob das daran liegt, ähm, dass es noch nicht alles geladen ist. Ich stelle außerdem fest, dass die Stadtmitte weiterhin sehr, sehr ruckelt. Das ist ja nichts Neues bei Wizard101, dass bestimmte Bereiche des Spiels einfach total, ähm, zu Framedrops führen. Keine Ahnung. Von Programmieren habe ich keine Ahnung. Ähm, es ist mir auf jeden Fall früher schon aufgefallen. Ihr erinnert euch sicherlich. Ähm, und in Wizard City an sich ist das auch ganz extrem. Naja, hat sich natürlich nicht geändert. So, ansonsten, ähm, wollte ich gerne wissen, was ich auch damals gesagt, oder bei der Aufnahme jetzt gesagt hatte, von euch wissen, was ist eigentlich die letzten Monate alles so Neues geschehen bei Wizard1. Weil ich glaube, ich muss nochmal einen Blick drauf werfen, um mal auf dem neuesten Stand zu sein. Ähm, auch wenn ich vielleicht jetzt nicht wirklich Let's Playen werde. Aber das würde mich doch mal interessieren. Also, hinterlasst es mir gerne in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst wieder. Ich hoffe, ihr habt jetzt viel Spaß mit Wizard101. Habt es geschafft, euren Account zu migrieren. So richtig schwer war es ja jetzt nicht. Und damit sage ich, bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.